einen wunderschönen guten abend und herzlich willkommen zur neuen folge von valheim der mike ist auch am start hallo der steht noch wie so neandertaler am feuer ja der plan ist ein dungeon zu looten wir haben es ja letztes mal gefunden das müssen wir uns jetzt auch mal genauer anschauen ja bist du soweit motivation sicher ich finde es lustig wenn man die tür zu macht dass man sich dann auch selber wieder einschließen kann das ist ja ein richtig rein drängt kurz mal snacken kein leben mehr hier und keine ausdauer hinberg jetzt mein inventar voll bis wir ankommen weil ich hier schon alles mitnehmen aber das können wir dann zusammenstecken daher ist was er ganz entspannt so hinberg er soll klauen nicht wirklich ich habe hier eingesteckt gesammelt und eingesteckt die erste habe ich gesammelt ja gut aber die habe ich auch gar nicht gesehen um ehrlich zu du bist auf irgendwas aufgesprochen mein bildschirm hat gewackelt das war hier ein bildschwein oder auch zwei man muss die bildschweine auch mal klatschen dauert noch einen moment bisschen mehr in die richtung hier durch den fädenstern umgeben werden durch die wo ein gräuling und das war's dann mit dem gräuling typisch mensch kommt hin rottet alles aus was sich bewegt wildschweinerie gräulinge zwerge skelette das übliche halt was so in der freien alles das war holz ja nehme ich auch mit ich hab's nur so im augenwinkel gesehen in der bildschirmecke dass da das du holz eingesammelt hast ich nehme alles mit ja also gerade hinbeeren kann oh ein bildschwein gerade hinbeeren kann man eigentlich immer gebrauchen aus dem einfachen grund aus dem kann man später noch marmelade kochen also ein früchtekompott zumindest oh da ist ein hirsch ja wahrer oh hier ist ein bildschwein ähm und deswegen nehm ich die dann mal mit sind ja hingelaufen und uh lass die mal so weit weg laufen ja wenn die einmal losrennen die zu finden also da musst du eigentlich schon den bogen gespannt haben und ihnen einen schönen pfeil in den nacken klatschen Alter das ist mal ne aussicht ey das ist schön ne mhm kann man mal machen sagste so wollen wir keine ausdauer mehr ne ich wollte einfach mal langsamer laufen was 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 so oh da ist noch ein Haus ja hier sind noch ein paar Häuser ich hab's geguckt ob da irgendwelche kisten drin sind ne da hab ich tatsächlich noch nicht noch nicht rein geschaut ok ist gar nichts drinne öööö hat ne tür haha ah da ist der dungeon äh ne 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 da läuft aber ein skelett ja das ist aber nicht der dungeon der dungeon ist hier vorne hm äh äh ey oh gott angriff ja kenne ich schon den text ach hier äh 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 ha 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 Freunde haben wir grad hier gemeinsam die Tür zerstört au 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 flucht 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 oh ha 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 ja ich muss hier auch mal kurz rauskommen oh du wirst mit steinen müssen ja ich hab nur noch 7 hp ne ich hab noch 20 ja ja er hat sich selber umgebracht ich unterstütze dich mit fein und bogen sehr schön sehr schön aber doch gut gemacht ja ich würde jetzt mal kurz hier mich hinsetzen und mal ganz entspannt äh da drin ist so ein level so guck mal also ich erzähle dir erstmal was ich da drin erlebt hab warte 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 ich setz mich mal hier zu dir und dann erzähle ich dir mal weißt du damals als ich hier in das Grabkarrein gegangen bin da war da einfach mal so ein so ein Skelett und dieses Skelett ne das hat so einen Stern über sich gehabt ne das hat mir richtig auf die Ömmel gekloppt mit seinem Schwert da hatte ich ein bisschen Angst aber ne im Endeffekt ist ja nichts passiert ich hab ja überlegt aber ne seitdem bin ich da ein bisschen vorsichtig geworden als esse ich erstmal noch einen Pilz und noch so eine Himbeere und jetzt geh ich da wieder rein aber erstmal nehme ich mein Schild und meine Axt dafür in die Hand ich bin ganz sneaky Hallo Du kannst doch einfach gegenlaufen ne Ich was Brauchen sie Licht So Licht ist praktisch jetzt hab ich hier eine Tür zerstört das ist nicht gut also hier links ist irgendwo äh so ein Level 1 Skelett noch Hallo Manford ja genau dich hab ich gesucht Und wenn ich dich ins Taumeln krieg dann hast du keine Chance mehr Aua Ich muss hier raus ich muss hier raus ich muss hier raus Ey wie schade LOLLOLLOLLOLLOLLLOLO Da ist join´s Ja das ist mein Freund das Level 1 Skelett Wie'de machen die denn so viel Schaden obwohl du ein Schild hoch hältst. Kommt die etwa nicht auf diesen Eingang hier hoch? Das ist natürlich ein bisschen fies, aber ich habe das Gefühl, die kämen nicht hier hoch. Aber warum die so viel Schaden machen? Naja, die machen halt mehr Schaden, als dein Schild aushält. Ja, bei meiner Welt konnte ich den Schild hochhalten und da haben die mir immer abgewehrt. So, gelbe Pilze nehme ich mit. Alles meine Pilze. Lecker Pilze. Okay, hier ist schon mal kein Zürtlingko. Da höre ich doch schon Knochen klackern. Aber nicht von hier. Hier ist scheinbar nichts anderes mehr drin. Toll, da haben wir die Skelette ganz umsonst weggemacht. Oh, hier ist ein Geist. Ah, dann gehen wir doch schon mal auf Brandpfeile. Ah ne, ist gar kein Geist. Ist ein ultra krasses Skelett einfach nur. Hi. Noi. Jupp. Ah ne, sind ranzige Überreste. Ist gar kein Skelett. Hi. Du stehst da ein bisschen im Weg. Das ist dir bewusst, oder? Aber wenn du hinter mir... Macht der viel Schaden, wenn er dich trifft? Ja, weiß ich nicht. Lass dich mal treffen, dann weißt du es. Hä? Die machen gefühlt nur einen Schaden. Das ist doch gut. Das sind ja auch nur ranzige Überreste. Oh, Alter. Au, 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 au. Hast du? Hä? Nee, ich bin vergiftet. Ach so, ja, die machen die Giftschaden. Das erklärt, warum sie so grün leuchten. Hm. Ah, ah, ah. Guck mal, die Fackel ist gleich alle. Machen wir mal ein bisschen Licht hier an. Hallo? Oh, ja. Settling Course. Was ist das? Ich sehe nichts mehr. Hilfe. Oh, ja. Ich muss hier gerade looten. Tut mir leid, du musst jetzt sterben. Ähm. Ich kann mir auch selber eine Fackel herstellen. Mach ich mir mal drei. Mach dir mal drei. 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 Ah. So, was ist das hier jetzt? Oh, Rubin! Der rechte und der linke Gang sind scheinbar verbunden miteinander. Äh, der linke und der mittlere Gang. Hier sind auch noch so ein paar Eu-Häus. Au, 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 au. Na, ich sehe nur die Zahlen da. Ich will schauen, wie du die machst. Dann kommt ja so ein Giftstinke. Mann! Was ist denn? Und wir testen jetzt mal noch die Theorie. Du kannst die echt nicht hoch, oder? Oh, oh. Oh! Hier, was willst du machen? Kommst du nicht auf die Stufe hoch? Hihi. Hihi. Oh, wow. Los, mein Fackelfreund. Zeige uns den Weg. Okay, das ist natürlich ein bisschen suboptimal für das Spiel. Lol. Da ist er explodiert. Aber hier hinten ist ein Spawn. Der ist ein... Moment, wo war der Spawn? Lol. Äh. Lol. Oh, oh. Hier ist so eine lila, eine Wolke. Ja, die musst du zerstören. Das ist ein Spawn. Aber Feuerpfeile sind tatsächlich recht effektiv. Okay. Dieser Weg ist nun auch sauber. Weil, äh, bei diesen lila Wolken spawnen einfach immer wieder neue Gegner. Ja, hallo. Ja, hallo. Zürich. Feuerwehr. Evil Bone Pile. Habe ich gerade mit der Fackel einen Pfeil geblockt? Mehr Sörtling Kors. Wuhu. Nie, nur Rubin. Hier unten auch noch. Geld, 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 Geld. Oh. Da ist noch einer. Wir haben die Position vor allem von dem Uralten. Hast du... Ja, sie ist ja, ne? Hast du einen Sörtling Kors schon eingesteckt? Ich hab zwei, ja. Okay, das heißt, einer fehlt uns noch. Dann können wir eine Schmelze und, äh, eine Dings machen. Und wir haben einen... Alter, ist der Wald weg. Ja. Das, äh, normaler Wahnsinn, ne? Was ist das hier eigentlich? Kann man die das hier irgendwie wegmachen? Was denn? Das hier? Nö. Das ist geroll. Ach so. Also, außer du hast einen Spitzer, probierst du es mal aus, aber ich glaub nicht. Ich glaub, das ist rein Deko. Warst du hier drin schon? Ich glaube nicht, ich weiß es nicht. Hier war ich. Nein, hier war ich. In dem Gang war ich. Okay, das heißt, ich befürchte, wir haben hier alles durchwühlt. Das heißt, uns fehlt tatsächlich ein einziger Sörtling Kors. Nice. Na, nice wäre, wenn wir jetzt noch einen gehabt hätten. Nee. Aber gut, man kann nicht alles haben. Nee. Dann würde ich aber sagen, lass uns mal noch ein Stückchen weiter hier in den Dom Kölwald und gucken, ob wir noch einen finden. Mhm. Weil dann können wir direkt, äh, eine Schmelze und eine Dings machen. Und dann können... Oh, Schneegebiet, geil. Ja, da können wir nur noch nicht rein. Ah. Also können schon. Da wird uns kalt. Genau, da wird uns kalt. Könnt ihr euch selber abwerfen. Piu. Das Schöne ist, sobald wir, äh, Bronze haben, beziehungsweise Kupfer und, äh, Dings, dann können wir uns endlich richtige Waffen machen. Hast du hier schon Kupfer vorkommen? Äh, schon markiert da, wo wir vorher waren. Können auch mal gucken, ob hier eine Truhe drin ist. Au, hör auf, Steine zu schmeißen, Kreuzwerk. Hörst du auf damit. Kommst du her. Kommst du her. Was ist denn in den Türen hier drin, ne? Ähm, manchmal Loot und manchmal einfach nur drei Skelette. Das Lustigste ist, die können meistens auch aus den Türen nicht raus, wenn sie innen drin sind. Und manchmal kommt man die Treppen nicht hoch. Weil die zu eng sind. Okay, hier ist gar nichts von allen. Nix drin, ne. So, hier ist Schnee. Alter, ist dieser Wald dicht? Ich seh ja nix. Au, 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 lass mich hier durch. Blaubeeren, wuhu. Gute, gute Blaubeeren. Hier ist Schnee. Hier ist Nebel. Ich bin unter dem Nebel. Hier ist tatsächlich... Ist das nur dieses Dungeon gewesen? Hier kann das sein. Oh, oh. Weil hier ist überall jetzt... Ah, hier ist wieder Dunkelwald. Was steht hier? Dort, wo das Gras am Boden wächst und wo der Himmel hoch oben blau ist, wird immer ein Kamin und ein Zuhause sein. So, hier ist jetzt noch ein bisschen Dunkelwald, oder? Ja. Komm, gib uns doch ein Dungeon. Dann sind wir auch erstmal zufrieden. Erstmal. Erstmal. Ja, ja, ja. Wir trüben uns auf jeden Fall ein Skelett. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Ja, ich glaube, hier ist ein Dungeon. Au. Mach sowas doch nicht. Au. Noi. Ja, die kämpfen gegeneinander. Das ist immer ganz praktisch. Und Skelett. Arzt. Oh, oh. Irgendwas hat mich gerade noch getroffen. Das tat nicht gut. Ja, Skelett. Ist das Skelett tot? Genau hier. Ja. Nein, ich habe keinen Platz mehr. Deine. Ähm, da werfen Zwerge auf dich. Ähm. Lass mal schnell in das Dungeon reinrennen. Was ist denn das? Hier drüben. Ah. Okay, das ist auch vor allem... Das Gute ist, es ist keine Grabkammer... Äh, ne, keine Trollhöhle. Ich muss mich erstmal kurz ein bisschen regenerieren. Ähm. Ja, ich auch. Du kannst mir, wenn du willst, die Sirtling Chores raustun. Oder die Rubine habe ich. Bernstein Perle. Dann nehme ich das. Dann hast du wieder Platz. Oh. Falsche Richtung. Äh, und was immer eine schlechte Idee ist, in so Grabkammern hier Feuer anzumachen, das habe ich mal gemacht, dann qualmt dir hier alles zu. Das ist nicht geil, dann steckst du nämlich. Äh, hier Rubin habe ich einen. Nehme ich auch. Bernstein. Kannst mir auch Steine, Holz, Knochen. Hier. Hast du diesen Bernstein auch? Mhm. Äh, diese Augen auch? Ja. Grauzwergaugen? Ja. Nehme ich. Nehme ich. Hast du die Münzen? Ja, ne? Äh, Münzen habe ich auch, ja. Gelbe Dings, äh, Leder? Den Bernstein habe ich tatsächlich nicht. Leder habe ich, ja. Ich schmeiß mich mit Dingen. Okay. Äh, Harz. Habe ich. Holz. Habe ich. Das war's. Okay. Ich muss nur den Bernstein wieder aufnehmen, den habe ich nämlich nicht. Hm. So. Dann suchen wir mal unseren letzten Sertling Corps. Hallo? Ja, ja. Mhm. Ein Skelett. Mit Spawner. Ja. Oh, jetzt speichert es gerade. Geil. Hehe. Kurz ein Leck. Oh, es sind sogar zwei Spawner. Das, äh, könnte unangenehm werden. Oh. Au, 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 au. Fuck, ich muss hier raus. Ich muss hier raus. Ich muss hier raus. Uh, 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 uh. Oh, Gott. Scheiße. Lauf. Das ist eine Sackgasse. Hier rum, hier rum, hier rum. Ja, 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 ja. Das Problem ist, wir müssen hier stehen bleiben, weil draußen sind, äh, ist Nacht. Pass auf, die Pfeile können trotzdem treffen, ne? Ja. Aua. Du bist tot, du bist tot, ich geh raus. Okay. Okay. Hilfe. Hilfe. Mann. Ey. Ich bin euch dem einen voll ausgewichen. Ja, aber nicht schnell genug, würde ich mal sagen. Ich war gerade am zielen, ey. Oh, ja, und so bin ich wieder rausgegangen, an die frische Luft, um tief durchzuatmen. Ja, ja, aber unser erster Tod. Also, wir haben ein Dungeon gelootet, ohne dass einer von uns gestorben ist. Das muss man schon mal sagen. Ich würde sagen, das ist schon ein gutes, gutes, äh. Oh, meine, meine Dings ist kaputt. Meine, eine, meine Hose ist kaputt. Ah, da wird halt nackig gekämpft. Oh, gehen wir mal kurz mal hier. Betreten wir mal die Grabkammern. Hallo? Soll ich jetzt nackt loslaufen, oder? Ich würde ja, ursprünglich würde ich ja sagen, lass uns kurz schlafen. Das Problem ist, ich habe kein Bett. Warte, du hast doch hier ein Rüstungsding da in unserem Zuhause gelassen. Wenn da noch Rüstung ist, gönnt ihr, ne? Kann ich hier drin eine Werkbank bauen? Nein. Aber ich könnte mir wahrscheinlich sogar ein Bett bauen. Nur Braukswerk. Oh, nö. Ich versuche mal, ob ich mir hier ein Bett bauen kann. Muss hier nur acht. So. Und dann... Möbelbett. Mir fehlt Holz. Aber Holz hier im Wald dürfte eigentlich ein kleineres Problem nur sein. Ey, der wirft unser Haus ab. Moin, kaputt. Ich habe ja keine Waffe. Ich kann aber trotzdem schlafen. Ja, dann... Warte, habe ich jetzt genug Holz für ein Bett? Ja. Ach, ein Bett braucht ein Dach, ne? Mhm. Das ist natürlich jetzt unpraktisch. Ein Dach habe ich nämlich nicht. Kann ich das Bett in der Grabkammer platzieren? Nein, vermutlich nicht, weil er meine links draußen steht. Aber gut. Ob wir schlafen können oder nicht, das zeigt sich nächste Folge. Dementsprechend würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es dir gefallen hat, lass ein Like da. Gerne auch ein Abo. Fragen, Wünsche, Anregungen. Au! Steine. Wie immer. Ach du Scheiße. Hier ist eine ganze Horde Krauzwerge hinter mir her. Mach's gut. Bleib gesund. Hau rein. Bye, bye. Tschüss. Num equivalium. Tschüss. Musik. MAKK's gut. Musik. Kommunikation. Musik.